Bebo? Bebo? Bert? Krümelmonster! Wo seid ihr, Ernie? Ich muss euch was Aufregendes erzählen. Oh, ich kann's euch erzählen. Ja, wisst ihr, was mir eben passiert ist? Ich hatte eine Erleuchtung. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist, aber ich glaube, ich hatte gerade eine. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich bin was Besonderes. Niemand sonst ist genau wie ich. Niemand war so jemals zuvor. Niemand wird so sein, sicherlich. Und dasselbe gilt auch für dich. Einmalig seid ihr genauso wie ich. Ihr seid ganz wichtig, richtig. Ihr seid was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Niemand sonst hat meine Art. Niemand hat so ein Herz wie ich. Niemand kommt so schnell in Fahrt. Und ihr seid ganz einmalig. Was Besonderes immer wart. Ihr seid sehr wichtig. Ihr seid was Besonderes. Mag sein, jemand ist ein bisschen ähnlich wie ich. So flauschig und süß und schlau. Ja, könnte sein. Und vielleicht tragen manche auch. So wie ich. Gerne modisch blau. Doch niemand ist genau wie ich. Und niemand ist genau wie du. Ja. Und darum sind wir auch was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Ich bin zu 100% ich. Und auf der ganzen Welt gibt's keinen anderen so wie mich. Das geht für mich und dich. Jeder Mensch hat seinen Platz. Und für dich gibt's wirklich niemals, niemals einen Ersatz. Du bist perfekt, wie du bist. Jemand, der nicht ersetzbar ist. Du bist sehr wichtig. Aufsehen erregend. Also ganz außergewöhnlich. Du bist wirklich was Besonderes. Oh, ich muss allen erzählen, dass du was Besonderes bist. Ich bin was Besonderes. Wir alle sind was Besonderes.